Warte Gott, hier ist ein Drache ey Komm, wenn wir heute noch Top 10 kommen, haben wir jetzt in den letzten 3 oder 4 Tagen, ob der einen geschafft Kann man jetzt überhaupt noch los-winnen? 3,1 oder 3,2 so um den Dreh Ja, was denn ey? Win-lose So, erstmal ein Pad verkaufen Komm ich auf den Test Ja, wir haben 36 wins und 11 loses, also 3x3er 3,2 ungefähr Ich kann... Hä, was ist das man? Komm, 10.000 Coins, bitte Ja Boah, ich kann mal das Mystisches kriegen Lol, ich bin stresst Ey, Mann Ach doch, deshalb Ey, klar, doch kein Team Oh, wait, spielt nicht mehr 5 Elo, dann sind wir Platz 7 Elo, dann sind wir Platz 3 Keks Keks Oh, nee, Keks ist cool Doch, die droppen wir Heizen, oh Gott, Mann Ja, Digga, wenn wir das gewinnen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Hallo Omex Pika und Block Obelix Die bauen von euch aus rechts Platz 6 Ja, welche? Ja, für die bauen schon Dann nehm ich ne Stick Ja, auf euren Seite Ja, Platz 16, wir gehen Platz 13 Ich glaub, man ist so früh Ich würd die denken, ähm, Lat, lass, hackt jetzt, weil das ja eigentlich der Katze Latz ist, oder nicht? Ey, obelix kennt die Ein Block Ein Block Ein Block noch Nein, scheiße, boah Was ist dein bestes Line-Up? Hat's noch ein Block? Wer ist eigentlich Kekse von denen? Spielt ihr überhaupt noch? Wenn Obelix mitspielt, ist nicht deren bestes Line-Up Ah Warum spielt der eigentlich nicht? Haben die überhaupt was? Er ist jeder im Clan Auch noch? YouTube regeln Ja Ich kann grad zuhören, ne? Ja, aber der hat gleich keinen Block mehr und die kommen Rüber Rüber, rüber, rüber Aber komm, er darf gleich keinen Block mehr Ja, der hat auch keine mehr Ja, der hat auch keine mehr Suicide, der mit Blocken, oder? Kannst Nein, warte, warte Suicide, 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 Suicide Irgendjemand von euch hatte zufälligerweise Eisen oder sowas mit Wie hoch, Romix Nö Kommt 10 Sekunden später und ich hab die ganze Base abgesucht Pass auf was, ja Ich hab keinen dabei gehabt I'm going out, bin down Du musst im unter Nice, nice Nur, mach doch nicht so viele Untermenschen, Wattman Hey, guck mal Da mach ich jemanden, äh, jemanden nach Ich hab jetzt nur einen Stackblöcke gefallen, ich brauche ja Ich brauche schon hier oben safe Nee, Degar, das ist so'n Scheiss Hallo, geh doch wieder dahin Degar Degar Was machst du? Ja, was soll ich sonst machen? Guck mal, was der macht Vermis, komm Er hat keinen Blöcke mehr, schnell Vermis Gib mir ein paar Blöcke ab Ab jetzt noch, da, 19 Der Bohr hat auch auf Maxime Der Bohr hat auch auf Maxime Doch, der hat auch auf Maxime Oh, die machen auch auf Maxime Was ein Huren, so ein What ist das, Mann? Das ist nur der größte Abfall Der Speck sagt bitte sofort, wenn der Bohr schießt Okay, dann sagt er mich einfach direkt auf Ja Wenn mir sagt er links, links, links Ja Ihr baut uns oberlegs, oder? Ja Jetzt komm ich hier nicht hoch, oder? Hab beide down Da ist doch Ott hier unten Ach, ich suche das Hast du deren Scheiß-Word geholt? Ja, ich hab beide Wenn das alles Mois was Da ist der Slow Hiermit hört auch auf Hold on, hold on Kommt grad so hoch, genau Ja, wir kriegen 3 E-Leveln wir gewinnen, ne? Ja, locker Ich hab, ich hab Pickel, lass vor's was kommen Was ist denn? Lass vor's kommen Nock den, nock den, nock den, nock die Der Bohr lebt doch noch, oder? Nein, 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 nein Hafeck Er hat keine Chance auf hier anzukommen Lass mich, lass mich bauen Okay, okay, okay Obelix kommt hoch Warum? Warte, ich geh hoch Klasse, Achtung Aber ich weiß nicht, so kann die anderen nicht haben Hallo, schießt ihn ab Ja, ich seh ihn da noch gar nicht Er sagt, wenn die anderen ziehen Ja, dann treff ich ihn nicht, die haben eine Seite zählt nicht vor Ey, 13, Mann, die droppen so viel Elo Ja, Otti hat sie, glaub ich Ja, oder? Ja, so Otti hat Ott dabei Wer ist da auf dem TNT-Schutz? Äh, Otti Die ziehen außen, die machen Autobahn Die ziehen außen, die machen Autobahn Oh, ne, kein Machschwilterbett Der ist weg Hau mal ohne F1 Die machen Autobahn Wammes, hier auf dem Wanstack ist noch einer Okay, ich hab Eisenpicker, ich spiel vor uns ja gleich Ja, okay, gut Du kannst den kriegen Bau da frei, dann zwöl mich drauf Das ist Opelec, das haben wir gemacht Oh, Digga, soll ich diesen schwulen Torm in die Luft auch abbauen, oder was? Unten? Unten? Ja, ich mach's, irgendwas zu sein Ja, ich geh auf der Side-Base Sieht ein bisschen geil aus, was da so ist Bordern, die Side-Base noch ein bisschen weiter rechts raus Da! Was machst du? Hast du den auf dem Wanstack-Down, Schatz? Ja, ja Opelec steh, ja Opelec steh direkt auf dem Bett Du kannst auf Bett gehen, du kannst auf Bett gehen Ne, Opelec steh Ich sag's dann hier aus, ich glaube ich Du kannst aber springen, ja Den knockst du weg Aber ich schaff's eh nicht Ist das dein Side-Base-O-Mix? Ja Probier's mal Blocke mit hier vorne Nein Doch, jetzt lange weg Ja, ich baue weiter Mh, ich geb dir ein paar Blocke Komm Das war echt knapp Soll ich noch ein bisschen rausbauen? Ja Perfekt 2 Minuten Punkten Geh auf die Base Geh auf die Base, geh weiter nach hinten Geh weiter nach hinten Der Extra-Base One Stack ist keiner, ne? Er hat zum Blick Gate Nein Nein Wie viel Black-Hars-O-Mix? Äh, 24 Kannst du mir die geben? Warte, so, so Ja Ja, weil sonst ein paar hätte ich Turschutz ist einer Hinten wieder Unten Hinten Hinten wieder Hinten 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 Ein Ho-Winnix hat schon 2 Hits Er hat schon 2 Hits Die erste Schicht 0 Krieg ein Hits Die nächste Schicht, also die Richtige Und eine 60er verlaufen Pass auf, lass es Hinten dir Nais, komm, gib ihm 10 Ah nice Pass auf, die Geh auf dem One Stack, oder? Ah sh** man Ich hätt es, ah ich hätt es geholt Ich dachte ich kann man so ran Ah, ich dachte ich schaff den Sprung Ich hätte Blocke mit die machen müssen, man ich hätte das bett hätte ich ich habe den sprung man aber ich hätte blocker mit machen müssen wir haben vorne bis jetzt noch könnte man auf die erste schicht und rettungsplattform so wie es bis jetzt noch aus sich erst der schicht des 111 den also springen das man drehts nachmachen mit dem sprichst du bist du ich bin gelaufen aus der singen laufmann ich habe gar nicht gewicht sein dass der weg noch gar nicht fertig ist und ich kommen dann können wir die spät easy holen ich kann nichts machen er oder tue sich noch gleich weg und du bist der boke ich dachte wir sollten fliegen ja egal jetzt ist es wir machen an den turm rand einfach anspringen und raps setzen umdurchsend sie so wenn ich denke ich glaube ich kann man die macht zusammen sagt Mach doch Block-Emergie, Aniton Warte noch Lasse, ich komm in meine Scheiß-Dick für die Gruppe Buster, 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 Buster Da unten, es blüht euch, es blüht euch auf 3, auf 1, 2, 1 Jetzt Lasse braucht noch 10 Minuten So, komm Block-Emergie machen Block-Emergie, ich schaff's ja Geht erste Schicht, mach Block-Emergie da Wenn du nicht jetzt runter brauchst, unten Vorne Block-Emergie ran Ja, ja, du kriegst's ja Oh, Junge Hätte er eh nicht geschafft, da war direkt Oh, Loll, ach 1% Schade Digga, ich rasier grad so hart, die Erstmal No-Druck, was ich mit dem mach Lass, ey Lass raus Langen wir mal zu dritten machen Jo Wir haben das Wart so oben irgendwo Was? Als ob das ne Armgeschicht war, Mann Schon eine Höhe gebaut, Alter Ich nehm ne Holzpicke mit Dann bau du das Bett auf jeden Dann bau du das Bett auf jeden Wermich mach du dir ne Eisenpicke Dann locken wir aber dir weg, okay Triss Ja Das war ne andere Höhe Ja, das haben schon andere Höhe gebaut, ich dachte Das wäre mal eine Reserve-TNT-Schutz Ja, jetzt Ja Ich glaub die bauen so ne Ding Das Bett ist voll Eis Ja, so ne dicke Coupe Kann man das Bett mit Hunter bauen? Die fällt aus der Eisblöcke Nein, ich fell grad nur Bauen das Bauen das jetzt mit Eisblöcken Hast du ein Knockback-Stick dabei, Triss? Ja, immer Ja gut, ich auch Ihr könnt euch unten gleich Dinge machen, schnell Kann man sich vor diesen zwei Blöcken, also die zwei Blöcke in unsere Richtung bei ihrem Bett Runtersblieben, ohne dass man sich komplett runtersblieft Das sind... das sind... Auf die neue Schicht, die angefangen wurde, springen drauf Ja, kann man sich davor, also in unsere Richtung Nein, 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 kann man nicht Okay Spring, warte, warte Warte, ich komm... Mann, wir sind's Kopf, wir sind mal oben, Mann Ist das Spring? Wir springen, ja Erste Schicht Und ich fände ich da nicht... Oh, doch, du, ich dachte, du warst auf andere Seite Da warst du noch ganz oben schnell raus Na 30, ich springen, ja Du machst schon PvP, weißt du? Und du machst schon PvP? Machst du PvP, King? Die hat den T-Shop zu dritt Nein, lass doch rauf gehen Lass rauf, wir haben alle 10, wir haben alle 10 Knock die, ich hab Eisblöcke, knock die, knock die Knock die beide, komm runter, komm runter Das, knock Jetzt los Wird weg, oder? Ja Gen Keks, nach 10 Minuten Jetzt komm, komm Nice Ja, Keks, 10 Minuten, Mann Okay Oh mein Gott 25, Edel 25 Hat 12 Wir oder die? Wir Wir Sporter, wir werden gebannt 1548 Ey, ein Win noch, dann seid ihr top Ja, ein Win noch Oh Gott, Digga Warte Wenn wir das jetzt noch schaffen Oh, Digga, wie ich rasiert hab die Runde jetzt mal Warte, ich guck, Clans Warte, warte, warte Ich hab komplett penetriert die Runde Ist halt so 48 Äh, 48 hatten wir, ne? Also 2, dann sind wir Platz 11 Und 9, dann sind wir Top 10 Ja, das ist Ja, das ist